Heyo! Heute habe ich das Vergnügen, mit einem ganz besonderen Gast zu reden. Uschi? 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 Nani? Hey! Das ist meine Katze! Miau! Miau! Drei Tage später! Heyo! Grüezi, grüezi! Okay, schön dich hier zu haben. Ja! Wie würdest du dich beschreiben? Ich bin verrückt. Und da ist sie, die Mautz-Mautz! Und da ist sie wieder weg. Tja, vielleicht klappt es nächstes Mal besser. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal in einem Spiel. Vielleicht sogar in einem Lieblingsspiel. Ich fordere euch hiermit heraus, spielt Five Nights at Freddy's. Aber passt auf euer Herz auf. Ist ja ein Horrorspiel, passt auf. Oder spielt mit uns, mir und meinen Freunden. Wir sind noch ganz, ganz lieb. Wow, 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 wow. There we go! Und in the taste of... Ja, 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 ja! aufregend, aber entscheide du selber und mach das einfach. Mach einfach, was dir aus dem Herzen kommt und was ich dir jetzt so rüberbringe, wo du glaubst, ich bin mehr Mensch oder ich bin mehr Miau. White Angel. White Engel. Engel. White Angel? Engel. White Angel.